Dieses Rot durchströmt unser Herz und kräftigt es. Mit dem Ausatmen lassen Sie alles Schwere und Belastende gehen. Dann lassen Sie vor dem inneren Blick ein warmes Gelb entstehen und bringen dieses Gelb zur Milz. Mit dem Einatmen füllen Sie dieses Gelb in die Milz und lassen verbrauchtes und trübes Qi mit dem Ausatmen gehen. Sammeln Sie alle Farben jetzt in Ihrem unteren Zentrum. Musik Der menschliche Körper Essen, Stoffwechsel und Krankheit, anschaulich und unterhaltsam. Und auch die Geschichte der Menschheit. Vom Urknall übers Neandertal direkt zum modernen Mensch. Die Kultzeichentrickreihe nicht nur für junge Wissbegierige. Es war einmal das Leben und es war einmal der Mensch. Heute ab 13.35 Uhr hier in ARD Alpha. Die Welt verstehen. ARD Alpha ARD Alpha Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Spürst du es in dir, das schöne Leben mit seiner Kraft, wie es spurgiert in dir und mir Tag und Nacht. Halt es fest in deinem Herzen, fühl die Wärme und das Licht und genieß die Sonne, die uns fröhlich lacht. Es ist schönes Leben, es ist schön, so wunderschönes Leben. Spürst du es in dir, wie uns das Leben erfüllt mit Glück. Wir alle sind hier, zum Leben unser Geschick. Sing ein Lied, weg ist die Sorgen, wenn ein Tag zum Ende ist. Komm, Vertrau auf morgen, weil das Leben es uns bespricht. Es ist schönes Leben, es ist schön, so wunderschönes Leben. Spürst du es in dir, das schöne Leben, das Hoffnung gibt. Sing das Lied mit mir, auf das Leben und auf das Glück. Es ist schönes Leben, so wunderschönes Leben.